Willkommen zu einer neuen Folge Torchlight Bursche ist der Zerstörer, naja, das könnt ihr dann selber lesen Den Pferd kann man auch anklicken, aber da macht ja nix bei mir Das hier Wo was? Ach, das ist das braune Das Pferd scheint in der Zukunft zu blicken, es wird enttäuscht Okay, irgendwo eine Aufgabe hier oder sowas? Gibt es hier sowas? Hast du irgendwo schon was gesehen? Ach, da links ist auf der Karte das zu sehen, alles klar, dann schauen wir doch mal da rein So, mich ist die Ende Ach, der liest vor Ihr müsst weiter zur Enklabe der Esterianer, aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen Wenn er nicht schon dort ist Okay Gut, unten sind die Belohnungen, 280 Gold und 2480 EPG Dann haben wir, was haben wir da dann für eine Waffe kriegen, wir einen Kriegsstamm überlegen Ja, ich krieg eine Pistole, zack, annehmen Und das zweite ist eine Normandenschild und dann krieg ich das alles oder nur eins davon, kann ich auch auswählen Naja, aber das sehe ich dann wahrscheinlich noch zum Auswählen, oder? Ihr habt eine Quest bekommen So, wir haben eine Quest bekommen, genau, wunderbar Wofür uns die Quest hin, da oben zum Sternchen, ne? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier raus, oder? Genau Akt 1 Die Spur des Alchemisten So, hier sind die ersten Gegner Ah, ja Na, den konnte ich nie mehr kaputt machen, weil du den schon kaputt gemacht hast Okay Sechs Gold habe ich schon angefangen Werde ich? Wir sind auch ganz viele Gegner Wo? Ach, du bist oben rumgegangen Okay, ich bin einfach nur dem Weg gefolgt, weil Mir erschien das als wichtig, dem Weg zu folgen Ja, muss man Verwachten Jemand ist zum Beispiel der Truhe Okay Na, sammel du mal ein Ja, du kriegst aber, glaube ich, auch Loot Okay Ich tue mal ein paar Gegner fertig Wir sind schon alle fertig, oder? Voll die Schlucht hier Okay Weiltrank ist auch ganz nett Ja, die sind schon wieder stärker aus Aber zu zweit sind die kein Problem Ja, ja Gut, der Baum brennt hier immer noch schick Felsen ist da oben, was kann ich denn an den Felsen machen? Aufklicken Aber ist nichts passiert, glaube ich Die Brücke ist noch was rechts zu schlagen Wo ist die Brücke, oder? Oder kann man? Ja, dann roll Oh, Stufenaufstieg Hiermit Ich mache erstmal hier die Ecke fertig, oder? Ja, du siehst ja rechts Hier rechts und links an der Seite siehst du ja das Plus Da kannst du deinen Charakter verbessern Rechts und links an der Seite, ah ja, da jetzt sehe ich's ja Warum blau, warum rot, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber naja Links, das sind deine Charakterwerte und rechts das sind deine Fähigkeiten, die jetzt Hier oben noch was Ah, da ist irgendwie eine Höhle oder sowas, okay Siehst du, das lautet sich immer rumzugucken, jetzt findest du hier noch extra Sachen Kommt man in die Höhle rein, ne, ne? Nein, da kommt nur Wolf auch raus Okay Oder was das mit Was das auch immer war, ne? Hier runter noch was, da ist noch einer Oder hast du den schon rausgelockt, wahrscheinlich Nee, ich hab hier nicht rausgelockt, da kommt wahrscheinlich keiner Kommt keiner Okay, haben wir alles vor der Brücke? Sollten wir haben Ja Ich weiß nicht, ob du deine Fähigkeiten Wollen wir mal ein Level abmachen? Also ich hab meine ganze Erstmal Level auf Geschwindigkeit Links ist Charakter, was ist rechts? Rechts ist meine Fähigkeiten Und da kann es eben halt einer aktive oder aktive ausgült Die weiß ich mal, also einmal Ich glaube, ich mach die Stärke mehr, aber die kann man nochmal zurück Zurücksetzen auch, ne, oder? Ich glaube nicht Doch, das Minus wird rot Vitalität Ich glaube, wenn du alles gesetzt hast, kannst du nicht mehr zurücknehmen Okay Na, dann nehmen wir mal einen Drecken Drei Punkte habe ich, oder was? Oh, fünf glaube ich Ah, da unten stehen sie, ne? Attributspunkt und rechts habe ich nochmal welche, oder nur? Das sind fünf insgesamt Okay Da kannst du dann nicht rausfielen, hier Schnellfeuer Habe ich dann Kannst du aktiv oder passiv auswählen und dann drei Talenträume ungefähr Und muss ich irgendwo bestätigen auf der linken Seite? Ne, das wird auch, das macht automatisch Ja, da kann ich nur eins machen, ne? Flammenhammer Ich glaube, da nehmen wir den noch, oder? Ach, da wäre noch was hinter gewesen Noch zwei Reiter, okay Naja, jetzt ist egal Das ist aber gut so Gut, dann Bin ich jetzt, glaube, gelevelt Und wir können weiter, oder? Ich guck mir das hier gerade noch an Was guckst du gerade? Was ich für Fähigkeiten habe So Inventar Ach, da ist der andere Hammer dran So Ich glaube, ich nehme das hier Jetzt habe ich eine weitere Seite Schaden Und den Sokkel hat der auch, der Hammer Täusche ich den dagegen so aus? Weiß ich noch nicht Was lassen wir so? Schießt mein Frechchen an Ach, so, dass die Quest, alles klar Dann Ich guck mir noch hier links gerade an Arkanwerte Minus 73 Patzer Schadensabzug Na, das hört sich ja schon richtig gut an Das wissen wir schon Und das ist mein Begleiter Kann der auch leveln? Äh Ja, der kann auch leveln Auch der will, der hat 30 Den kann sie, glaube ich, nur ausrüsten Weil der hat auch Stufe 2 Ja, dann hat der, glaube ich, bessere Stats Aber die kannst du nicht selber bilden Kannst du nicht selber bilden Dann kannst du einkaufen schicken Das ist ja cool Ich weiß, du kannst da dein Müll reintun Und den kann er dann verkaufen Verkaufen, okay Na, alles klar Aber wir gehen jetzt auf dem Rücken, oder? Ja Die werfen schon Okay, da war's So, weil er tot Felsen ist nicht das Mana-Schrein Ob ich das in die falsche Richtung wirklich Noch einer? Nein, nein Achso, unten in der Mitte Hast du dann Wenn du das auffüllst Diese Leiste Hast du, glaube ich, Irgendeine besondere Fähigkeit Und dann machst du mehr Schaden Okay Und was habe ich jetzt gekriegt? Hier ist nichts mehr Nicht identifizierte Handschuhe Okay Hier ist noch nichts mehr Ein Gutfokus Und vier Giftpanzer Okay Ist hier noch irgendwo was? Hier rechts geht's weiter Kommt noch einer raus? Nö Da oben ist einer Aber da komme ich jetzt nicht hin Hier rechts sind noch welche Okay Verschlossene goldene Truhe Verschlossene, ja Ja, da Steht da ja Oh, da oben ist ein Bock Okay Vielleicht mit der Alten Das ist mir sehr gut Vielleicht die Attacken aus Welche Leicht im Liebel Ah, ich glaube, das kriegen wir auch so hin, oder? Warte mal Lass erst mal gucken, was der uns gedroppt hat Mit I Was grünes habe ich da noch, sehe ich gerade Leichte Stiefen Ach, das zieht der schon automatisch an Okay Das was in der Kiste geht jetzt übrigens auf, ne? Echt? Ja, grobe Kanone Die ist, glaube ich, für mich da gut Okay Ich habe hier was für den Gegenstand habe ich gefunden Steht in den Tipps Ja Was hast du für eine grobe Kanone? Ist I auch Inventar? Ja, ist es auch Grobe Kanone Fähigkeit Verzauberter Kondorf Niedriger Angriffstempo 1,21 22 Schaden pro Sekunde 50% Ne, 50 zurückstoßen 2%ige Chance Auf kritische Treffer Entmittelt 35%ige Chance Auf Betäubung des Ziels Für 2 Sekunden Und ein Gift Glutsteinkorn habe ich auch noch gefunden Der wird Sockelbar Das heißt, ich kann in eine Waffe reinbauen, wa? So, wie gebe ich dir das jetzt? Weil Die Waffe brauche ich ja nicht unbedingt, oder? Du bist Fernkämpfer Du bist auf Inventar Ups Umschaltklick Übertragen Steht da Hast du es jetzt? Ah, na, auf dem Begleiter Nee, du kannst es einfach rausziehen Und dann fallen lassen Okay Wo bist du? Neben mir? Mhm Siehst du sie? Oder? Warte, hast du die fallen lassen? Ja, ich hab die fallen lassen Hast du sie aufgenommen? Probe Kanone Steht oben links Oder kannst du sie nicht aufnehmen? Ich glaube, ich kann die Könnte natürlich auch nicht Dann ist die wirklich nur für mich wahrscheinlich, okay? Dann müssen wir nächstes Mal Ah, ich weiß glaube ich viel Zack Du kannst auf das Icon oben links klicken Wo das Reiter steht Und dann kannst du dann Handeln drücken So, Entschuldigung Das war ein Huster von mir So, da hast du den, oder? Du musst du da reinziehen Ach, da oben rein Das ist das Begleiter inventar da unten Steht da auch drüber Siehst du den jetzt, oder nicht? Dann muss ich den bei dir reinziehen Nee Nee, klar So, nee Hast du es jetzt? Ja, das was ich dir gerade gegeben habe Das kannst du Ähm Ach, Entschuldigung Das kannst du Sockeln Wo ist meine Waffe? Da, muss ich das da reinziehen? Warte mal Was macht der Rüstung? Schmuckstücke? Acht Giftpanzer Sieben Giftpanzer Sieben Giftpanzer Frische, ha? Kann man denn wieder entsockeln? Weiß das einer? Nein, ich glaube nicht Hier, ne? Wahrscheinlich nicht Unten links hast du ja Unten links hast du ja neben deiner Kanone So eine Lupe Oder neben deinem Hammer ist es dann ja glaube ich So eine Lupe Und da kannst du Die Namen ein- und ausschalten Für das gedroppte Oh, hier ist jemand Scherzkämpfer Du brauchst Hilfe, oder was? Nee, die hier oben Wo bist du denn? Weiter gelaufen Okay Oh, Elektrorigen Eiltrank Auf dem Wagen ist ein Fahrzeugen Echt? Ach, dahinter ist einer mit dem Fahrzeugen Oh, da Er gibt uns einen Festkick Eine Belohnung, weil wir ihm geholfen haben Ich nehme die Hose Oh, hat er schon angelegt Ziefer Identifikationsmark Können wir auch nicht Fellachst 40 Schaden hat die Die hat ein niedriges Angriffstempo Zwei Körperpanzer Ich glaube, die nehme ich Ja, ich nehme die Handschuhe Gut Ich würde gerne wissen, wie man schnell seine Waffen wechseln kann Wo bist du? Oh, da kommen wieder welche raus Hallo, immer sind die schon tot, wenn ich die angreifen will Und, äh, kann man da reingehen? Nee, ne So, was sind die beiden hier? Die sind einfach nur hier, was? Die sind einfach nur da Aha So, jetzt kommen wir hier zu den Klaren Ja, das ist eine neue Quest, oder was? Oder das ist die Zielquest? Nee, das ist die Zielquest, ne? Da kommst du in eine Stadt, glaube ich, war das Gut, dann gehen wir doch da mal hin, ne? Ja Jetzt sind wir in der Stadt So, und jetzt? Hier können wir jetzt was machen? Angeln Angeln Da ist einer, was macht der Fähigkeiten neu verteilen? Nee, das brauche ich nicht Also das ist jetzt das Basislager, oder wie verstehe ich das? Ja Oh, ich hab was gefuckt Wohl neu hier, was? Ah, da dürfen wir nicht lang, auch schön Wohl neu hier, sagt er, ja Ich bin manchmal neu, genau Oh, hier Hier kannst du, glaube ich, umskillen Bei dem aktive Quest Ich hab hier ne Kiste aufgemacht und dann geht mein Inventar auf Kann ich da was einlagern, oder was? Ja, das ist, glaube ich, das ist ne Bank, so ungefähr Ja Okay, aber Ich würd mal sagen Dass wir hier vielleicht Erstmal ne Pause machen Tränke hat die Dame hier Großer Heiltrank 124 kostet ja Ich hab 447, ja Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das brauche Hm, ich kauf noch nichts Na, ich auch nicht Ah, hier oben ist die Quest dann zu Ende Das kann man in der nächsten Folge machen Okay, dann Soll's für die Runde reichen, oder? Genau Jo, herzlichen Dank fürs Zuschauen Wir würden uns freuen Und ihr das nächste Mal Auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss 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 Tschüss